Das war's für heute. Moment, du bist nicht doof. Ja, jetzt komme ich von diesem Gletscher runter. Claptrap, dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein CL4-PZP-Stewart-Bot. Aber meine Freunde nennen mich Claptrap. Oder sie würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder je existiert hätten. Oh, ich hab da was für... Hier, nimm diesen Echo-Communicator, den ich ganz sicher nicht einer dieser Leichen abgenommen habe. Er ist mit einem Klasse-12-Heads-Up-Display und einer Minikarte ausgestattet. Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein. Fantastisch! Da ich jetzt einen mächtigen Kammerjäder getroffen habe, kann ich mich endlich dem Widerstand in Sanctuary anschließen, mich an Jack reichen, weil er meine Modellreihe gekillt hat, und meinen zentralen Prozessor reparieren, damit ich aufhöre, laut zu denken. Wie es wohl ist, ein Bauchnabel zu haben? Ich erkläre dir bald alles. Aber sei gewiss, es gibt einen Grund, dass du noch lebst. Und ich bin hier, um dir zu helfen. Sehr gut! Deine Fähigkeit, kurze Distanzen zu überwinden, ohne zu sterben, wird Handsome-Jacks untergang sein. Und... öffne dich! Kleiner Beitrag zur erhöhten Sicherheit! Man muss diese Pulli-Munks in Schach halten, sonst reißen sie an die Augen raus! Tut mir leid, bis ihr aussieht! Jack lebt alles, was er killt hier ab! Banditen, Kammerjäger, Clip-Trip-Einheiten! Wenn sich das jetzt fröhlicher anhört, dann nur, weil das meine Standortstelle ist! In Wirklichkeit bin ich sehr deprimiert! Die Kreaturen in dieser Gegend sind gefährlich! Zum Beispiel dieser Bulli-Munk namens Knuckle-Frager hat alle getötet, die ich kannte! Wie auch immer! Ich habe eine Pistole in dem Schrank da drüben, für Notfälle! Aber hier drin sind wir ja sicher! Ja! Meine Augen! Die Knarren! Die Knarren! Die Knarren, Frank! Vor langer Zeit veränderten vier Kammerjäger Pandora für immer. Doch diese Zeit ist vorbei. Dank Handsome Jack braucht Pandora einen neuen Helden. Ich weiß, dass du dieser Held bist. Abgesehen von den ersetzlichen Schmerzen ist das alles super! Ich habe schon auf einen Kammerjäger gewartet, der mir hilft, nach Sanctuary zu kommen. Ich werde dein weiser Anführer sein und du, mein furchtloser Untertan und Handlanger! Na! Oh! Oh! Gut, ich mach jetzt diese Tür auf und dann jagen wir uns einen Bulli-Mob. Auf, mein sehender Untertan. Warte mich, bevor ich irgendwo anstoße. Autsch. Ich geh davon aus, dass du das nicht gesehen hast. Abgesehen von den ersetzlichen Schmerzen ist das alles super. Ich hab schon auf einen Kammerjäger gewartet, der mir hilft, nach Sanctuary zu kommen. Ich werde dein leiser Anführer sein und du, mein furchtloser Untertan und... Ich werde das nicht gesehen haben. Hahaha! Gut, ich mach jetzt diese Tür auf und dann jagen wir uns einen Bullimog! Auf, mein sehender Untertan! Warte mich, bevor ich irgendwo anstoße! Auf! Ich geh davon aus, dass du das nicht gesehen hast! Obwohl Knuckle Gregor mich geblendet hat, kenne ich mich auf diesem Gletscher aus! Jede Wette, wir finden ein Auge in Frostbite Cravats! Au! Bleib dicht bei dem Roboter. Er hilft dir von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nur dort bist du in Sicherheit. Hier entlang! Ah! Ich höre Bullimogs! Fast Untertan! Beschütze mich, Untertan! Oh! Bleib dicht bei dem Roboter. Er hilft dir von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nur dort bist du in Sicherheit. Ach. A. B. 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 Oh, 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 oh. Geist du? Hey! Untertan, vorwärts! Ich höre Wully-Monks! Fass, Untertan! Beschütze mich, Untertan! Ganz schärken, ich erhabe! Ja! 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 Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Bluff! Wenn wir mein Auge nicht zurückkriegen, kommen wir nie nach Sanctuary! Du brauchst die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Und der einzige Ort, wo du sicher bist. Begib dich nach Sanctuary! Ja! 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 Gut so. Und jetzt bring mich hier weg, bevor noch mehr Bulli-Monks kommen. Du bist immer noch da? Ich höre keine Bulli-Monks mit vielen Dank, Freund aller Freunde. Weiter! Hey, Kiddo! Jack hier, Präsident von Hyperion. Ich werde dir erklären, wie es hier läuft. Kammerjäger taucht auf, Kammerjäger sucht nach neuer Kammer, Kammerjäger wird gekillt von mir. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und dich selbst erledigen? Das wäre nett, Herzchen. Und öffne dich! Oh, mein Auge ist wieder an! Ich sehe einen tapfen Untertan und einen unglaublich hübschen Roboter. Das heißt, derjenige, der mein Auge hat, ist ganz nah! Oh, mein Auge! Ich teole dich! Oh Gott, sie kommen aus den Wasserhäusern! Leeg! Juhu! Wenn du mir meine Augen zurückholen könntest! Oh, und ich entschuldige mich für das Wort Wandanusse! Ich sag so einiges, wenn ich Angst habe! Du hast mein Auge? Spitze! Jetzt brauchen wir nur noch Fegen, der es mir wieder einsetzt! Ich kann mir zwar denken, wie gerne du mir deine Faust ins Gesicht stecken würdest, aber Augen-OPs überlässt man besser den Profis! Mein Kumpel Hammerrock in Lyrasbourg kann mich reparieren! Allonsi! Au! Autsch! Lyrasbourg liegt auf der anderen Seite dieses Hyperion-Frafters! Wie wär's, wenn wir durch ihn durchgehen, Kumpel? Ha! Das ist Hyperion-Technik! Pipifax! Und? Öffne dich! Eindringlings-Alarm! Verspöre... Es war nett, dich kennenzulernen! Von Pullibungs gefressen zu werden, soll ja ein schöner Tod sein! Warte, ich mach das! Phasenverschiebung wird ausgeführt! Zugang gewährt! Aha! Wusste ich's doch, dass ich das packe! Gern geschehen! Das ist der Vorteil, wenn man eine KI ist! Ich bin mit fast allem auf diesem Planeten vernetzt! Es ist ein weiter Weg nach Sanctuary! Nimm bitte alles mit, was du für die Reise brauchst! Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist vor ein Treppen mit Sir Hemerlock-Handlanger! Das ist eine kleine, die erste Aufmerksamkeit ist, was du für die Zeitraum! Und dannًst du für die Jäufer ein! Däuner, kannst du damit! Det ist noch nicht! Entsteom, wenn du was einer der Klage und die Welt ausgeführt! Hier entlang! Sei wachsam, Untertan! Auf diesem Gletscher herrscht ein Bandit namens Captain Flint, der mich ein paar Monate als Folterobjekt festgehalten hat. Wir spielten Spiele wie Weich dem Schneidbrenner aus und Fall nicht ins Weurefass. Im ersten war ich richtig gut. Achtung, Leute von Pandora! Hier spricht Handsome Jack und ich biete jedem, der mir den Kopf des Kammerjägers bringt, der gerade in Lylesburg eingetroffen ist, eine Million Mäuse. Oh, und ich biete noch immer eine Belohnung für Roland, den Massenmörder und Anführer der Crimson Raiders. Weidmannsheil, Banditen! Eine Million Mäuse? Okay, Jungs, hier spricht Captain Flint. Findet diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir! Sofort! Hey, Handalock! Sagenhaft! Zuerst greifen Captain Flints Banditen an, dann taucht Claptrap auf! Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe! Sag, Kammerjäger, könntest du Flints Männer für mich killen? Ich hätte da einen Vorschlag für dich, Kammerjäger! Du gibst auf und wir verpassen dir einen Kopfschuss! Schnell, sauber und weitaus weniger schmerzhaft als das, was Handsome Jack mit dir machen würde! Du Mäuse! Warn! Was ist los mit euch? Tötet den Skakletter, damit wir unsere Belohnung kriegen! Das war nicht so schwierig. Ich schrotifiziere dir die Fresse! Cool! Oh nein! Hör ihn ums! Leid vor dem Kasten! Aargh! Ich habe mich nicht mehr so gemacht. Keine Bewegung! Keine Bewegung! Bleib bitte zurück, Kammerjäger! Lass Claptrap zuerst gehen! Ich wusste, Hammerlob, würde es sich anders überlegen! Wir beide sind wie zwei Erbsen in einer Hülle! Zwei Kugeln in einem Magazin! Zwei Zwergkannibalen im Brustkasten eines Fertiges! Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzelnen Selbstmord! Ich komme gleich raus! Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger! Ich bin zu Kammerjäger! Stets zu Diensten! Ich kam her, um die Bullimonks für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flints Manor setzte mich auf diesem Gletscher fest! Danke übrigens, dass du sie gekillt hast! Du hast also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Unglaublich! Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen! Wenn du mir jetzt bitte das Roboter-Auge geben würdest? So, ich muss nur das hier mit dem hier verbinden und... Das war's auch schon! Haha! Ich lebe! Oh je, er spricht wieder! Untertan! Ich habe mein Augenlicht wieder! Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte! Wird fein, dass wir uns mit den Crimson Raiders in Sanctuary zusammentun! Auf diesem Gletscher hier außen nur Trottel und Mörder! Wie zum Beispiel dieser Hammerlock! Ich stehe direkt hier! Keule! Jetzt, wo Lyersburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten! In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten! Untertan! Hauwärts! Wie ich sehe, sucht unser furchtloser Anführer Jack nach dir! Charmanter Kerl, was? Erst faselt er was davon, dass er dem Grenzland Frieden bringen wolle, dann schießt er wie bekloppt auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder! Die schildern wieder zu lebhaft, was? Tut mir leid! Ah, da bist du ja! Na los, funktioniert schon! Exkremente nochmal! Das schwarze Brett ist kaputt! Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary gingen! Ich wollte eigentlich ein paar Jobs für dich posten! Flint und ich hatten ein Gentleman's Agreement! Ich bringe ihn diesen! Der Leichen, die Jack im Gletscher ablegt, den fehlt mich doch für nicht mehr mehrere Stunden am Stück! Und dann hat er's doch! Aber damit ist jetzt los! Wir erledigen ihn! Klauen uns mal schriftlich! Ah! So wird's laufen, Kammerjäger! Mein erster Markt Boom Boom wird dich umbringen! Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häschenhüpf auf deinem Brust, Carsten! Ruhe! Schnauze! Brust die Reaktion! Schnauze! 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 Okay, fine! Okay, fine, fine, fine. Okay, 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 fine.